Yo Freunde, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist DOWG und ich danke euch fürs Einschalten. Ja meine Freunde, ich habe den BRN ja schon seit einigen Jahren, würde ich mal so sagen, seit Monaten verfolgt und ich finde, seine Arbeit ist wirklich sehr, sehr geil und sehr, sehr cool. Wie er diese ganzen Videos produziert hat, ist wirklich Respekt erstmal. Also für die, die jetzt nicht so in dieser Branche sind, die sich mit YouTube-Videos und Aufnahmen und so weiter sich befassen, es ist auf jeden Fall nicht ohne. Diese Arbeit sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und ich finde auf jeden Fall die Arbeit, die BRN aka Baran gemacht hat, ist wirklich in den letzten Monaten und Jahren eigentlich wirklich überragend. Also ich finde das echt super. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Geschleimer oder ey komm, der nutzt die Reichweite von denen. Es juckt mich nicht, wer so redet, so denkt. Das ist Haram, 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 meine liebe Freunde. Ja, also ich finde das auf jeden Fall ziemlich cool, dass er sich hier mittlerweile jetzt gezeigt hat. Also das zeigt auf jeden Fall von Stärke, von Stolz und die Stärke liegt im Stolz und so ein Mist von Spongebob. Also ich finde es auf jeden Fall richtig krass. Cooler Typ, kommt cool rüber und ich glaube, die Abonnentenzahlen sprechen für sich, dass er eine krasse Laufbahn hinter sich hat. Und er hat es verdient, ja. Er hat sich auf jeden Fall gezeigt, weil er jetzt definitiv mehr Formate machen möchte. Ich kenne das sehr gut. Also hin und wieder zeige ich mich, hin und wieder zeige ich mich wieder nicht. Bin wieder hinter der Kamera. Jetzt zum Beispiel sehe ich aus wie der letzte Penner, deswegen nehme ich wieder so ein Ding auf. Also es ist wirklich hin und her gerissen, wie ich mir gerade meine Videos mache. Auf jeden Fall ist Haram jetzt auch mit Gesicht am Start, so wie der A.K.A. Maestro von Mois. Kann man so sagen, also ja, die Stimmen sind natürlich interessant. Wenn ich so in der Qualität so spreche, ist das natürlich interessanter für den Menschen. Wie sieht diese Person natürlich hinter dem Ganzen aus? Das ist natürlich immer so, ja, zwiespaltig. Die Leute wollen es natürlich wissen und sehen. Bei mir ist das Ganze schon längst aufgedeckt. Jeder weiß, wie ich aussehe. So ein richtiger Penner, so. Verstehe ich es am Namen? Naja, auf jeden Fall Peace gehen raus. Auf jeden Fall an Baran. Ja, jederzeit eine Zusammenarbeit ist auf jeden Fall immer am Start, wenn du Bock hast. Meine Reichweite ist zwar nicht so krass wie deine, aber naja. Was nicht ist, kann ja noch werden, meine lieben Freunde. Ich bin guter Dinge. Danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der mich bis jetzt verfolgt hat und meinen ganzen Weg schon verfolgt. Ja, das war es schon mit dem Video. Ich danke euch. Peace and out.